Wie macht man aus Kindern gute Menschen? Alice Miller hat die Antwort. Alice Miller wurde am 12. Januar 1923 in Polen geboren. Sie wuchs während des Holocaust auf und studierte Philosophie und Psychologie in der Schweiz, wo sie einen großen Teil ihres Lebens verbrachte. In ihren Werken zeigte sie eine starke Überzeugungskraft. Privat war sie immer wieder in Konflikten. Mit ihrer jüdischen Herkunft, der Psychoanalyse, aber auch in ihrer Ehe und der Erziehung ihrer eigenen Kinder. Alice Miller kämpfte für die Freiheit der Kinder in ihren Lernprozessen. Ihr Grundsatz war, dass durch das Vermeiden von Erziehen und durch ein unreflektiert einfühlsames Handeln der Kreislauf des Bösen durchbrochen werden kann und das Kind zu einem guten, freien Wesen wird. Sie sagt, wenn man ein Kind erzieht, dann lernt es zu erziehen. Wenn man einem Kind Moral predigt, dann lernt es Moral predigen. Wenn man es warnt, dann lernt es warnen. Wenn man mit ihm schimpft, dann lernt es schimpfen. Wenn man es auslacht, dann lernt es auslachen. Wenn man es demütigt, dann lernt es demütigen. Wenn man seine Seele tötet, dann lernt es töten. Es hat nur die Wahl, ob sich selbst oder die anderen oder beides. Alice Miller geht es nicht darum, ein Kind wild aufzuziehen. Sie will das Böse aus der Welt schaffen, welches nach Miller über die Erziehung immer weitergegeben wird. Um den Kreislauf des Bösen zu durchbrechen, braucht es zwei Dinge. Erstens braucht es eine Eltern-Kind-Beziehung voller Liebe und Empathie. Jedes Kind sammelt frustrierende Erfahrungen und spürt Aggression, Wut und Hass. Die Eltern müssen dem Kind Achtung geben, seine Rechte respektieren, seine Gefühle verstehen und tolerieren und aus seinem Verhalten lernen. Zweitens braucht das Kind Zeit und Raum zur Entwicklung. Dazu gehört, dass das Kind selber zu denken lernt. Hier ist nach Miller wichtig, dass die Eltern intuitiv handeln und ihre Intentionen nicht reflektieren, da reflektiertes Verhalten nicht echt sei. Die Eltern sollen keine Wünsche und Absichten an das Kind herantragen, sondern es da unterstützen, wo es sich befindet. Der Beziehung zwischen Eltern und Kind und der unreflektierten Unterstützung wird also der höchste Stellenwert zugesagt. Werden diese Grundbedingungen eingehalten, kann das Kind ohne Erziehung und mit viel Freiheit in seinen Lernprozessen aufwachsen.